werden. Und wenn wir schauen, acht Punkte als Gesamtergebnis hatte die Mannschaft Niederlande zwei. Und da kommt jetzt Christina Liebherr. In Stuttgart geboren wurde, in der Schweiz aber aufgewachsen und dort lebt. In Bülham, Genfer See, die so erfolgreich war mit Edelmetall, dekoriert bei Europameisterschaften und auch bei Olympischen Spielen. Team Bronze in Hongkong mit ihrem Pferd No Mercy, das nach einer Verletzung, dass es sich in Aachen einst zuzog, nicht mehr in den Sport kam und in diesem Jahr in Zürich dann auch offiziell vor großer Kulisse verabschiedet wurde. Als eines der erfolgreichsten Pferde, das es je in der Schweiz im Springsport gegeben hat auch. Ihr Begleiter heute heißt Gassanova, 14-jähriger Hengst, der von Cadillac aus einer Casino-Bäumutter abstammt. Sie hat sehr, sehr gut gebracht. Hier der Anritt der dreifachen Kombination. Schön Ruhe reinbekommen, schön lange warten können. Auch so ein bisschen unglücklich, diese vier Punkte für Christina Liebherr. Damit sind es für die Mannschaft der Schweiz zwölf Punkte im Gesamtergebnis. Da sehen wir es auch nochmal. Das Ergebnis von Philipp Züger ist Streichergebnis und die drei, vier Federritte zählen entsprechend. Aber jetzt das Team Schweden. Schweden mit zwei Damen und zwei Herren im Springsattel und zunächst eine Dame, Linda Heath.